Oh, Gata Kamski. Agatha Schleipe. Ich will nicht, dass er kurz frugiert. Er kann natürlich die Qualität opfern. Ich wetten, der Opfer die Qualität. Na gut, Läufer C2 ist die Idee. Ich verhindere einfach die ganze Zeit die kurze Ruhale. Logischerweise. Die Frage ist, ob ich B4 spiele hier. Ich greife den C4 mal an. Jetzt merkt er, er muss doch mal. Dame A3 ist eine Idee. Springer C4, Springer A5, greife den Läufer an und dann Dame A3. Ich zwinge ihn dann zu F6 irgendwann. Ne, ich domatt. Er muss im Prinzip F6 spielen. Ne, muss er nicht. Will er nicht? Dann halt nicht. Der Springer muss ins Spiel. Das muss gut sein. Kann mir keiner erzählen. Der Läufer muss ins Spiel. Ich bin bei der Dame eingestellt. Springer B4, ne? Mein Gott, ich zerstöre den total gerade. Noch Rutger. Jah. Okay. dauerschaft zugelassen ja gewonnen gegen garter kamski ich habe nur dauerschaft zugelassen ich idiotin gewinnstellung aber schöne partie insgesamt richtig gute partie hat kein land gesehen